Crystal erwischt wurde hinter der Mühle, er ist wie bei Tauli, wie bei South Park Tauli und Kay, ey, raus mit dir, schmeißt ihn raus von der Tür, wie es Bushido gemacht hat, bam, in your face, raus mit dir, Kapital, du hast Schuhputzer, raus mit dir, raus, 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 ja, Bro, du bist angeblich Tänzer und Background-Tänzer, hast genug Hip-Hopern zugeguckt und ich disse dich kaputt, du hast keine Chance gegen Coach Frankie T1000, mein Dismaster, ja, du hast keine Chance, man, ja, niemals, alle ein Herzchen rein, niemals, er hat niemals, wird er, wenn er vor mir wäre, niemals, niemals, ja, weiß nicht, immer bei Britney Spears war er früher Background-Tänzer in Hamburg, ja, ja, gay, ey, bitte komm noch mal hoch, komm noch mal hoch in aller, aller Ruhe, ja, und dann reden wir miteinander, ja, und wechsel erstmal deinen Namen, bitte, das wäre so das Wichtigste, ja, das wäre erstmal das Wichtigste, das würde ich dir empfehlen, ja, so, also, alle ein Herzchen rein, bitte, alle ein Herzchen rein, wenn ich euch ein bisschen Einsamkeit und ein bisschen Angeweile geraubt habe, ja, ähm, ey, hört mal zu, bitte, bitte, jemand, der mit Abu Chakas oder mit Duddi361 chillt, kann nur der hinterhältigste Mensch der Welt sein, ja, wer mit denen kann, der kann mit jedem, ja, sogar, wenn er mir sympathisch wäre, ich dürfte mich niemals mit ihm vertragen, weil er kann sich nicht durchsetzen, ja, wenn du ein ehrlicher Mensch bist, du kannst jetzt nicht mit denen zusammensitzen an einem Tisch, ja, das kann nur ein Gay, ey, ja, niemals, und deswegen, jetzt stellt euch mal vor, alle ein Herzchen rein, bevor ihr geht, nur eine Sekunde noch, Mindset, guck mal, deswegen, deswegen sind ihr gegen mich, ja, der ist auch, von dem, der hat auch 10 Jahre, 15 Jahre Erfahrung, Medienerfahrung, andere würden schleimen, ich mach das nicht, ja, er geht jetzt raus, ruft Duddi an, ruft Abu Chaka an, ruft den an und sagt, ey, Rufmord, mach den und den und den, ich sitze nicht mit jedem, niemals, und wenn 50.000 von denen über mich Rufmord machen, schlechtes erzählt, das macht uns immer stärker und stärker und stärker, ja, und ich zeige ihnen, dass ich der Schlimmste von denen bin, okay, also niemals, lassen wir uns von Background-Tänzern von Britney Spears fertig machen oder von Bushido oder Capital Bra, ja, niemals, ja, niemals, und niemals werde ich bei denen schleimen, lieber will ich die als Feinde haben mit euch zusammen, lieber als Gegner, als Feinde, die wir immer wieder rausschmeißen, ja, lieber geben wir das größte Risiko ein, ja, lieber haben wir Zuschauer nur 50 Stück, ist egal, ja, ja, wir bleiben uns treu, wir brauchen niemanden in unserem Lokal, brauchen wir niemanden, wir sind für uns eine kleine Firma, wir sind eine kleine Fabrik, wir bauen uns gegenseitig in Sachen Fitness auf und dann kommt so ein Cracky rein, sofort raus damit, ja, also meine Lieben, ich liebe euch, bis in drei Stunden, ja, in vier Stunden und wir sehen uns, ja, bleibt stark, ciao, ciao.